Aber die Rückwärtsvariante muss ich nicht wirklich gewinnen. Ah Mann, ich bin echt ein. So schön, ich kann ihn nicht. Ah Mann. Ah Mann. Aber erst 2000 lang, davon kann es jetzt kein Problem. So 2 Sekunden weg. Richtig zu überlegen, das Fahrzeug. Wir brauchen die Fahrzeugung. Wir brauchen die Fahrzeugung. Wir brauchen die Fahrzeugung. Und ich habe keinen Dorscheid. Die andere Konkurrenz habe ich eigentlich schön in Schacht halbiert, aber in 2000 kriege ich nicht. 3,2 Sekunden, der ist auch mit der Ahnung. Ich fahre auch nicht so besonders, aber trotzdem, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, ich habe sich hier eingeladen. Ich habe die Lärmung ja aufgeholt, aber ich will euch jetzt auch noch ein paar weitere Lärmung. Mehr ist eigentlich nicht. Schade, dann muss ich fast den S-2000 nehmen. Schade, Schade. Dann schauen wir mal, ob der wirklich so überlegen ist. Was habe ich für Konkurrenz? A156 BMW Audi Mercedes Toyota. Ja gut, das ist alles eigentlich machbar. Das ist machbar, vielleicht. Ja, da braucht man eine ganze Sekunde weniger, um von 0 auf 100 zu kommen. Das ist die richtige Unterschiede. Ja man sieht, das Auto ist wirklich total. Ein Zwei-Liter-Vierzylinder-Motor, der richtig hoch dreht und so serienmässig mit einem Saugkontor für die meisten PS hartet anzumassen. Ob das heute noch so ist, keine Ahnung, aber der Motorrad hier in diesem Auto wirklich stark. Soll ich euch da ran, ich hab schon riesen Furcht und die Saugkontor für die Beckshaus aus. Ich denke, es ist ja auch für die Gründlichkeitsentschieden. Ich denke, es hat sich schwierig. Ich weiß es mir im Fall wirklich sehr. Die Million Toyota passiert unmasch700, so viel rideswolter ein. Nôkrated her. Die Wilsch gewinnen undЯg Australian известen der Haugkontor an den spinningniste Türen. Die Wilsch hat einfach gewonnen und von GAIN 겁니다. Ich denke, es ist unsere St Emma 就of, wirено Amante. Die Wilsch hat immer mehr www.WilschannachamtMMon.de Wow. Dabei war es kein guter Ahmet. Aber mit dem Auto kann man sich nicht alles erlauben. Der Sofratzugrenze zu Gruppe A. Ich habe es doch ein bisschen zu unempfindlich eigentlich. Ich muss einfach mal ein bisschen allein gehen. 4,80 Punkten bevor ich so schlecht im Wahnsinn bin. Das ist heftig. So, ich muss mal kurz was trinken. Entschuldigung. Okay, also das letzte Strassenrennen noch auf Speer. Und dann gehen wir zum A-Klasse, der Sportwagenklasse. Da haben wir die Chevrolet geordert. Der Ford Mustang SVT Cobra. Der Dottus eine riesige Sport- und Trend-Sickel. Der Kampfwerd ist sicher kein RS. Mit z.B. Lernz-Remo 6-Gilfler. Wie sonst keinem GTA-Uspec. Der Subaru Legacy BN4-RS-K. Und der Tommy Caera ZZS Coupé. Ja, welchen nehme ich da? Das ist ne gute Frage. Alle gut. Und ab geht's eigentlich quasi in Skyline. So, und jetzt haben wir den High-Speed-Ring. Und da fahren wir auch noch drauf. Lancer, Mazda, Mustang, Legacy, Lotus, Skyline. Ja, machbare Konkurrenz auf jeden Fall. Ja, machbare Konkurrenz auf jeden Fall. Wir sind dieses Haarland. Wir sind auf jeden Fall. Aber ich bin mein Gerät, Wir sind auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall. Ihr seid. Wir sind auf jeden Fall. In Brasilien ist es genau wie die Autos hier eigentlich keine Rente, die Teele und was abverlösen ist. oder ob das ein eigenes Algorithmus geht. Aber im Grunde genommen sind die Warten eigentlich schon ziemlich gut, wobei es natürlich eher niedrig und schwach ist. Man muss natürlich auch sagen, die Einteilung ist erst in die Plakade nicht richtig. Und danach ist es nicht mehr so richtig. Da muss man einfach gleichartig finden. Das geht auch ein bisschen einfacher mit. Weil die Kriterien entweder grösser oder kleiner sind. Ja, ich muss nicht mehr so richtig, dass die Kriterien sehr gut ist. Wenn er nicht mehr so richtig, dass die Kriterien eine größte Kriterien eine größte Kriterie auskennen. Und dann ist das, was ich nicht mehr so richtig, dass die Kriterien nicht mehr so richtig fühlen. Da war eine große Kriterien. Da war er nicht mehr so richtig. So, das war jetzt ein einfaches Rennen und ein relativ kurzes Rennen. Gerade im Ericsson, der Lernstück und der Lernstück ist krank und los ist. Ja, also dieses Rennen auch geschafft, also wir sind jetzt alle drei Rennen vorerst geschafft. Und, ich beende das Ganze mal, dann können wir kurz mal anschauen, ob wir Titus geschafft und geholt haben. Ja, wie ihr hier seht, alle drei jetzt geschafft. Aber natürlich immer noch nicht. Aber wir haben hier die S-Klasse freigeschaltet. Super Sport-Bahn-Klasse. Und da gibt's noch nicht. Vorerst ein Renault Clio Sport V624V. Und da kann ich noch nichts mehr anfangen. Eine weitere neue Non-Bri-Campus vor zwei, gegen ihn sein Vorgänger, sind Rallye-Rats. Das haben wir auch. Eine Rallye-Stage zur Auswahl. Und verschiedenste Rallye-Fahrzeuge. Der Toyota Corolla Rallye-Car zum Beispiel. Und damit ein bisschen Lancer eben fünf. Ein Subaru Impreza 99 Rallye-Car. Ein Focus Rallye-Car. Ein Peugeot 206 Rallye-Car. Der Toyota Celica GT4 Rallye-Car. Dann noch ein Nissan Pulsar GTIR. Ein Mazda Familia, was eigentlich ein Mazda 325 ist. Ein weiterer Subaru Impreza. Ich kenne mich noch vom Grand Rallye-Stumbrunnen. Äh, ich glaub das ist mal eins, sorry. Die fünf ist wie ein Sinicom bei der Rallye-Fund-Gängehand. Und zumindest der Gran Turismo als Normalfahrzeuge in fünf Gängehandel. Weil er selbst in Anja genau gleich wie der fünfte eingestellt ist. Dann das E3-Saxo-Rallye-Car. Dann Chaletta-Rallye-Car. Der Opel-Tigra-Eis-Race-Car. Das ist die Fahrzeuge, das nur in diesem Spiel vorkommt. Für den Omega-Rallye-Car. Der hat die Storia X4-Rallye-Car. Und der Pursor 306-Rallye-Car. Ja, bei welchen nehmen wir den? Nehmen wir doch mal einen Sachs um. Warum nicht? Und wir haben die Tahiti-Bursche 3 zur Verfügung. Werden wir gleich mal ausprobieren. Wobei man hier sagen muss, das sind Zeitrennen hier. Das ist nur zum Üben. Aber es ist natürlich schön, dass sie noch die Abwehrs und People an Valley Stages eingebaut und eingebaut hat. Wir haben auch in Spiegel in die Abwehr dafür. Wir drücken nur eigentlich mehr Abwehrs und Zusatz. Wir haben echt jedes Auto zu mir für die Valley Stages gebracht. Man kann natürlich mit jedem Fahrzeug hier an Valley Stages eingebaut werden. Wie man hier sieht, ich fahre nicht so gut. Auch anders als bei den richtigen Rallye Stages sind das eher solche Rallye Cross Kurse. Und das ist natürlich auch nicht so gut. Wo man viel Platz hat. Aber beim Bahnwerk hat man natürlich nicht so viel Platz. So, ich kann wenn ich Fahrzeuge haben werde, damit passiert überhaupt nichts. Das ist nur bei vier Rad und dritten Fahrzeuge offenbar. Das ist nicht so gut. Ich gehe im Fahrzeug. Und wirklich. Ich glaube, es war mal auf die Kurve. Dann kann ich mich einfach so. So, jetzt halte ich natürlich den Geist. Ich kann zu viel. Oder einige Rundenzeit. Dann halte ich den Zug zu schlagen. Ich kann so was hier aus dem Fahrzeug fahren. Das ist eine saubere Art zu fahren. Und da gibt es ja was. Bis jetzt. Aber auch bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt. Bis jetzt! Bis jetzt. Bis jetzt! Nein, das geht nicht. Aber das versuchen wir nicht. So, wie man hier sieht, habe ich jetzt eine Bestzeit gefahren. Die drei Sekunden Bestzeit geholt, natürlich. Ich könnte den Geist speichern, dann wieder laden, wenn ich möchte. Und die Gold könnte ich speichern. Dann streue ich dann natürlich auch Blöcke. Okay, will ich nicht. Optionen. Ah, Geist-Typ. Und Banten. Ja, soweit so gut. Das war fürs Erste alles, was ich Ihnen in diesem Modus zeigen kann. Wie man hier sieht, alles abgeschlossen. Die Rückwärtsstrecke ist freigeschaltet. Ich könnte natürlich noch versuchen, eine Rückwärtsstrecke zu fahren. Aber... Ja, da kann ich nichts mehr holen. Von daher... Das wäre nichts. Daher bleibt mir nur noch übrig, dass ich speichere. Und dann... Zum richtigen Spiel wechsle. Das braucht eben vier Blöcke hier, so einen Speicherstand. Bei dem ersten Grandsriss-Moment noch fünf. Oh, es ist schön, dass es nur noch vier Plätze braucht. So, also... Dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich wechsle nur schnell die CD. Bis später.